Herzlich willkommen zur Illusion Factory 60 Seconds. Heute geht es um den Social Selling Index auf LinkedIn. Hallo, ich bin Daniel Paragnik. Ich mache bei uns im Haus das Thema Social Media und erzähle heute was zum Social Selling Index auf LinkedIn. Der Social Selling Index ist ein Wert zwischen 0 und 100, der die Relevanz ihres persönlichen Profils auf LinkedIn wiedergibt. Also da spielen dann verschiedene Faktoren mit rein, zum Beispiel wie groß ist Ihr Netzwerk, schreiben Sie jeden an oder suchen Sie sich die Leute speziell aus aus Ihrer Branche. Themen wie wie oft posten Sie, sind die Postings relevant, werden die geliked, werden die geteilt, werden die kommentiert und Dinge wie ist Ihr Profil vollständig ausgefüllt, haben Sie gegebenenfalls sogar Skills oder Empfehlungen bekommen. Genau, all diese Sachen machen den Wert dann letzten Endes aus. Wir haben Ihnen eine Anleitung zusammengefasst, wie Sie ein SSI ganz schnell verbessern können und einen Link in die Beschreibung gepackt, wo Sie nachmessen können, wie Ihr SSI momentan ist. Falls dazu noch Fragen sind, gerne in die Kommentare.